moin moin und herzlich willkommen zu einer nächsten folge mit diablo 3 und zwar seht ihr hier option da 4k ich kann jetzt mal auch die fps limitierung ausmachen so dann haben wir hier 96 fps dann könnt ihr auch gleich sehen ob ich jetzt hier so lege ich kann ja rein theoretisch kann man auch noch sexy fps imitieren Ich habe nicht genug Geistestraft. ja dann nehmen wir hier erfolge so stanzen wir mal ein danke so ein dicker hier ich bin gerade erst angefangen mit die abo 3 gut und das war es auch wieder denn erstmal tschüss